Die FIFA hat soeben den Standort bzw. die Standorte der WM 2030 bekannt gegeben. Das Ergebnis ist dann doch recht enttäuschend, auch wenn die Erwartungen nach WMs in Katar und Russland jetzt nicht allzu hoch waren oder auch die letzte EM, die über komplett Europa verteilt war, auch wenn da natürlich die UEFA zuständig ist und nicht die FIFA, ist es rein, wenn man nur die Turniere betrachtet, schon wieder ein bisschen enttäuschend. Vor allem, wenn man halt die Schlagzeile erstmal hört, die jetzt auch gerade ordentlich die Runde macht und zwar, dass die WM 2030 eben in sechs Ländern auf drei Kontinenten gespielt wird. Das Ganze hört sich zunächst mal recht brisant an, ist aber gar nicht mal so kompliziert, wie man jetzt zunächst meint. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz erklären und zwar geht die WM hauptsächlich an die drei gemeinsamen Bewerber Spanien, Marokko und Portugal, die ja auch durchaus eine geografische Nähe haben, womit man halt eben schon zwei Kontinente abgedeckt hat. Aber das an sich finde ich jetzt mal gar nicht so schlimm, auch wenn ich durchaus grundsätzlich eher Fan davon bin, eine WM bzw. ein Turnier nur in einem einzigen Land zu spielen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir haben ja dann auch vier Jahre davor das Turnier 2026 in Mexiko, der USA und Kanada, auf die ich eigentlich schon recht gehypt bin, weil das ist einfach mal wieder eine coole Kombi, da habe ich Bock drauf. Und Spanien, Marokko und Portugal schlägt da eigentlich in die gleiche Kerbe. Es war ja auch noch im Raum, dass irgendwie Ukraine zusammen mit Spanien und Portugal sich bewirbt. Das wäre dann natürlich schon wieder, ja, nicht unbedingt ganz so nice gewesen. Allein schon wegen der geografischen Distanz, die aber eben bei diesen drei Ländern nicht ganz so eingegeben ist, sind eigentlich alles mehr oder weniger Nachbarländer, je nachdem wie man sieht. Sind natürlich auch zwei Kontinente, aber das finde ich gar nicht mal so verwerflich. Stehe dann eben für die Diversität, für die Vielfalt von dem Turnier. Also ja, da habe ich jetzt gar nicht mal allzu viel entgegenzusetzen. Die sind dann halt eben Hauptaustrageort des Turniers. Also bis auf drei Spiele in der Gruppenphase, wozu ich gleich komme, findet eben alles in Spanien, Portugal und Marokko statt. Und da gehört die WM dann auf jeden Fall hin 2030. Aber diese Besonderheit, die halt eben auch diese Schlagzeile hervorruft, betrifft, wie gerade gesagt, drei Gruppenspiele. Und zwar ist das Ganze so gedacht, anlässlich des 100-jährigen Bestehens der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, weil halt eben 1930 die erste WM in Uruguay ausgetragen wurde, möchte man das Ganze so ein bisschen feiern, wie es die UEFA ausdrückt. Und diese Feierlichkeiten werden dann eben in Südamerika stattfinden. Und zwar in drei südamerikanischen Ländern, weshalb man dann bei der Schlagzeile auch auf insgesamt sechs Länder kommt. Und zwar handelt es sich dabei zum einen um Uruguay. Klar, da war eben vor 100 Jahren die erste WM. Und da wird dann eben auch das Eröffnungsspiel stattfinden. Und zum anderen handelt es sich um Argentinien und Paraguay. Warum ausgerechnet die Argentinien, könnte man jetzt sagen, weil die Weltmeister sind. Nein, es geht nämlich darum, Uruguay hatte sich eben mit Argentinien und Paraguay zusammen, auch mit drei Ländern also, beworben, um die komplette WM auszutragen. Was aber abgelehnt wurde. Und so gibt man dann eben denen dennoch den Rahmen, dass sie zumindest drei Spiele austragen können, jeder eins. Die Frage, die ich mir stelle, geht es dabei nur darum, dass die dort das Spiel austragen in dem Land? Oder geht es darum, dass das Land im eigenen Land das Spiel austragen kann? Weil das würde ja wiederum bedeuten, dass sie automatisch qualifiziert wären, wie eben auch die drei anderen Austragungsorte mit Marokko, Portugal und Spanien. Und da bin ich noch nicht wirklich dahinter gekommen. Ich meine, Argentinien und Uruguay werden sich höchstwahrscheinlich so oder so qualifizieren. Die werden dann, denke ich, auch das Spiel im eigenen Land austragen dürfen. Aber Paraguay wiederum weiß ich jetzt nicht. Die haben zwei Spiele schon gespielt in der WM-Quali und nur einen Punkt geholt. Also da muss man mal schauen, wie das so gedacht ist. Aber das auf jeden Fall so meine Gedanken dazu. Beziehungsweise man muss ja auch noch sagen, das ist auf jeden Fall recht unglücklich für die Teams, die eben am ersten Spieltag dort spielen müssen. Ich meine, wo bereiten die sich dann für die WM vor? Dann müssen sie in ein Land nach Südamerika reisen, da ein Spiel machen und dann wieder nach Portugal, Spanien oder Marokko. Ist auf jeden Fall wieder mal ein absolutes Chaos, was das Reisen angeht. Auch in Zeiten des Klimawandels. Aber gut, da sind wir nichts anderes von der FIFA gewohnt. Und ich habe noch einen Kritikpunkt. Und das hängt auch noch mit einer weiteren Aussage zusammen, die jetzt hier noch gar keine so große Rolle gespielt hat. Und zwar hat die FIFA halt eben auch noch mitgeteilt, dass die WM 2034 dann eben entweder in Asien oder Ozeanien stattfinden wird. Und das ist ja auch nochmal ein großes Announcement, auch wenn man den genauen Standort noch nicht bekannt gibt. Problem hierbei ist allerdings, es handelt sich halt höchstwahrscheinlich um Saudi-Arabien als asiatisches Land, die das Ganze eben dann bekommen wahrscheinlich, weil es halt eben Sportswashing und so weiter. Mit dem Geld wird es auf jeden Fall, denke ich, passieren. Auch wenn es ein bisschen traurig ist und man ja erst in Katar eine WM hatte, auch wenn es dann zwölf Jahre her ist. Aber im WM-Kosmos bzw. in der Zeitrechnung von WMs ist das nicht allzu viel. Und ich fände es auf jeden Fall schon schade. Vor allem, man hätte ja jetzt auch die komplette WM an die südamerikanischen Länder geben können und dann die 2034 an Portugal, Spanien, Marokko oder andersrum. Aber nein, man will so zeitnah wie möglich, dass Saudi-Arabien ein Turnier austrägt. Gehe ich zumindest mal von aus. Und ja, ist schade, aber was will man machen? Im Endeffekt ist das Aufsehen, glaube ich, jetzt größer, wie es dann sein wird, wenn das Turnier stattfindet. Wenn dann eben die Spiele in Südamerika durch sind und das Ganze wirklich fest in Spanien, Marokko und Portugal stattfindet, glaube ich, dass man sich mit dem Turnier nochmal echt gut anfreunden kann. Vor allem, wenn man dann wahrscheinlich weiß, dass die darauffolgende WM in Saudi-Arabien sein wird. Und da ist dann das doch nochmal eine WM, mit der man durchaus gut leben kann. Vor allem im Vergleich dazu dann und dem, was man jetzt in den letzten Jahren hatte mit Katar und mehr oder weniger auch Russland im Nachhinein. Und dabei beziehe ich mich jetzt natürlich nur auf die Atmosphäre rund um das Turnier herum. Nicht auf das Sportliche. Ich glaube, sportlich gab es kaum geilere WMs wie die in Katar. Auch wenn das Ganze drumherum nicht wirklich so feiernswert war. Aber ich glaube, das sollte klar sein im Rahmen des Videos hier. Schreibt mir auf jeden Fall jetzt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!